Mich treibt es an, wenn jemand einen kritisiert oder wenn es etwas schwierig ist oder so. Das Einten ist zum Beispiel vegetarisch. Meine Kollegen haben mich früher immer gecancelt wegen der Veggie-Reste. Ich meine, in den 90er Jahren. Was soll das? Komischer Laden, oder? Als ich 65 war, waren wir natürlich oft im Büro. Da haben mich die Eltern mal gefragt, was ich später machen will. Und dann habe ich auf seinen Chefsänseln gezeigt. Wir haben eine grosse Tradition und was ich weiss ist, du darfst nie die Wurzel ausreissen. Wenn du irgendetwas beurteilen möchtest, musst du Geschichte anschauen von etwas. Das war mein Ziel schon immer und heute noch, dass jeder Mitarbeiter sagen kann, was er oder sie denkt. Man muss sagen, ich bin einfach nicht wie mein Vater. Und jetzt entweder kannst du das akzeptieren, dass ich der Chef bin und sonst musst du gehen. Hast du gewusst, dass das älteste Veggie-Restaurant der Welt in der Schweiz ist? Spätestens, wenn ich dir sage, es heisst Hiltl, dann weiss es jeder. Und hier ist er, Rolf Hiltl. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Danke, vielmals. Rolf, die erste Frage bei mir ist immer, 1-10 dein Flow-Level zur aktuellen Stunde? Ja, ich würde sagen 7. Das ist ein guter Level, ist er immer hoch? Ja, er ist meistens hoch. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Ich habe Lebensfreude und ich bin gerne auf dieser Welt. Was ist für dich Flow? Flow ist, wenn die Sachen auf einen zukommen. Also wenn man es nicht suchen muss. Und du würdest sagen, hast du immer nach deinem Fluss oder in deiner Philosophie gelebt oder in deiner Lebenseinstellung? Ja, also ich denke, geschäftlich ist sehr viel auf uns zukommen. Da gibt es Beispiele von Sachen, zum Beispiel die Achterrasse, die wir haben dort beim BKZ-Woman, wo ich damals dreimal am Burger gesagt habe, nein, ich will nicht. Und er hat mich wieder gefunden, komm, mach es doch. Und dann hat er mir dann so lange bearbeitet und so gute Konditionen gegeben, dass wir dann gesagt, wir machen es, oder? Und das ist etwas, was völlig ausserhalb vom Plan gewesen ist. Und wir haben es einfach gemacht und es ist anstrengend gewesen, aber es ist mega erfolgreich. Also das zeigt eigentlich, wenn man zu fest planen und zu fest ins Detail geht, kommt es meistens nicht so gut. Wir reden dann über deine Geschichte. Rolf, vielleicht zuerst einmal, wie bist du so gewesen als kleinen Bub? Ich war ein glücklicher Bub, meine Schwester, in Rittica-Valdeck aufgewachsen, viel shootet, viel mit den Boys unterwegs gewesen. Ja, eigentlich unbeschwert. Und was hast du gemacht für eine Ausbildung? Ich habe eine Kochlehre gemacht im Dolde Grand, also damals im Dolde Grand Hotel. Ich bin Paul Spuler, übrigens der Vater von Peter Spuler, eines erfolgreichen Unternehmens. Und nach der Kochlehre habe ich dann noch ein Halbesjahr in der Küche gearbeitet. Das hat mir nicht so gefallen. Und dann habe ich noch ein Jahr Französisch gelernt. Und dann bin ich an der Hotel-Fachschulose. Reden wir noch über deinen aktuellen Betrieb. Also Hildl, du hast es schon angesprochen. Das hat ja deinen Urgrossvater, glaube ich, damals gründet. Genau, 1898. 1898. Und darum auch das älteste Fege-Rest-Strand, das es gibt auf diesem Planeten. Das ist so. Gemäß ging es nicht so bestätigt. Als das herausgekommen ist, war einmal Times of India. Er hat einen grossen Artikel gebracht und dann hat es Social Media einen Shitstorm gegeben in Indien. Weil die haben natürlich gesagt, das kann ja nicht sein, das älteste Fege-Rest-Strand der Welt in Zürich, in der Schweiz. Aber man konnte ihm nicht anweisen, dass es da ein Ältes gibt, das immer noch besteht. Und von daher nehmen wir jetzt den Eintrag gerne so an. Und wie ist das so? Wem bist du dazu gestossen? Ja, also ich war schon als kleiner Junge oft in der Küche. Ich habe Rüebeln geschält und ein bisschen mitgeholfen. Ich habe das immer gerne gehabt. Ich habe es immer cool gefunden. Und effektiv eingetreten bin ich dann nach der Hotel-Fachschulose. Also mit etwa 25, 26 oder so. Und wann ist so offiziell, ich glaube 1998, so offiziell ihr übergeben worden? Genau. Bei 100 Jahren hat mir dann der Vater offiziell den Betrieb übergeben. Ist für dich immer klar gewesen, ich übernehme den Betrieb vom Vater? Anscheinend ja. Also als ich 65 war, waren wir natürlich oft im Büro bei ihm. Und der hat mich die Eltern mal gefragt, was ich später machen will. Und dann habe ich auf seinen Chefsanzel gezeigt. Hast du noch Geschwisterti oder bist du allein? Ich habe noch Geschwisterti. Und sie ist auch dabei? Nein, sie ist nicht dabei. Sie lebt in Wien. Und hat dort drei Kinder und ist glücklich verratet. Sehr schön. Jetzt kann man ja sagen, und das ist die Frage. Ich habe, glaube ich, gar noch nie einen Gast gehabt, der einen Betrieb vom Vater übernehmen konnte. Okay. Darum umso spannender. Wie war das für dich? Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, oder man hört doch immer die Geschichte so, ja, der Vater, der redet dann gleich noch drin, du kannst nicht alles selber machen. Und dann wird es Kritiker geben, die sagen, ja, du hast es natürlich einfach gehabt, dein Vater hat dich übernommen. Genau, das macht dann erst gehockt. Genau. Wie war das für dich? Hat dich das vielleicht auch ein bisschen gestresst am Anfang? Ja, generell, mich treibt es an, wenn jemand eher kritisiert oder wenn es etwas schwierig ist oder so. Das Einten ist zum Beispiel vegetarisch. Meine Kollegen haben mich früher immer gecancelt, wegen der Veggie-Reste. Ich meine, in den 90er Jahren, was soll das, komischer Laden, oder? Das war das Einten, das hat mich angetrieben, zu zeigen, hey, vegetarisch geht, du kannst es sehr modern machen, sehr erfolgreich machen. Und das Zweite beim Vater, wir haben uns in die Kämpfe gehabt. Ich meine, er hat den Betrieb irgendwie 30 Jahre geführt, dann bin ich gekommen, oder? Und wir haben es uns aber gut aufgeteilt. Ich habe dann geschaut, was macht er gut. Er hat gewisse Bereiche bekommen, in denen er sehr stark war, andere weniger. Ich bin eher in diese Nischen hinein. Und wir haben dann zusammen, erfolgreich zusammengearbeitet. Und was er gut gemacht hat, er hat auch abgegeben, er hat gewusst, dass das wichtig ist. Und wir haben einmal einen Artikel bekommen Tag in den Grossen, und es ging genau um das Thema. Und dann war das Bild von uns zwei, es war eine ganze Seite. Und dann der Titel vom Artikel war eine Aussage für meinen Vater. Mein Sohn macht es einfach besser. Und ich damals als 26 Jahre, dachte ich, das stinkt doch nicht. Was erzählst du für ein Ei? Ich meine, du hast einen super Job gemacht. Und er hat das einfach gemacht, um mir Schub zu geben. Und das ist, ich glaube, das ist die richtige Art, um eine Generationen-Nachfolge zu planen. Es gibt auch andere Beispiele. Ich sage jetzt den Namen nicht. Er hat einmal ein Senior von irgendwie 400 Leuten erzählt, wie viel besser das Erste macht als der Sohn. Und ich meine, sorry, was soll das? Ja, das ist definitiv nicht optimal. Das ist einfach nicht clever, oder? Das ist nicht clever. Jetzt vielleicht nochmal schnell, wir kennen die Geschichte, aber gleich nochmal ganz kurz zusammengefasst. Dein Urgrossvater, der das gegründet hat, der hat es ja, heute kann man ja sagen, ist es vielleicht sehr modern, kommerziell auch geworden, das ganze Thema. Oder die Jungen sind sich halt dem eher bewusst. Das war ja trotzdem mal überhaupt nicht so, wie 1998. Das ist so, ja. Er war ja krank, er hatte Gicht. Er ist mit 20 auf Zürich, aus Bayern, hat als Schneider gesucht. Und ein Freund und Arzt hat ihm dann gesagt, er muss seine Ernährung umstellen. Und er ist dann drei Monate lang in das Vegetarierheim und Abstinenzcafé. Das steht immer noch an diesem Ort. Und nach drei Monaten vegetarisches Essen ist die Gicht weg gewesen. Ich meine, du kannst heute Fleisch reinbiegen, wie blöd, und einfach noch Medis reinhauen. Das geht. Das ist damals nicht gegangen. Und die Gicht ist sehr schmerzhaft. Und nach drei Monaten war er geheim und überzeugter Vegetarier. Und dort ist niemand rein. Im Volksmund ist es der Wurzelbunker gewesen. Gäste haben Grasfresser geheissen. Es sind oft zum Hintereingang rein, damit man nicht sieht, wo sie hingehen. Das war richtig peinlich. Und dann hat er sich als fast einziger Gast in die damalige Küchenchefin verliebt, die Martha Kneupel, aus einer deutschen Vegetarierfamilie, die haben dann geheiratet und seither heisst Hiltl. Und das hat von Anfang an funktioniert, das Restaurant? Nein, gar nicht. Das waren tief rote Zahlen. Ich meine, heute lacht man darüber. Wurzelbunker, die waren wirklich verschrien und haben über Jahre rote Zahlen geschrieben. Sondern er hat einfach aus dem inneren Antrieb, weil es ihm besser gegangen ist, die Philosophie wollte eigentlich rauszutragen. Ja, ich meine, er ist geheilt worden. Kennst du die Geschichte überhaupt? Ja, ja, er ist geheilt worden. Und ich meine, stell dir vor, du hast Schmerzen, du kannst nicht mehr laufen und du eisstst darum, wenn du vegetarisch nicht und du wirst geheilt, dann bist du überzeugter Vegetarier. Und das hat dann natürlich ein Leben lang durchgezogen und ich meine, er ist 97 geworden. Also ungesund ist Vegetarisch sicher nicht, jetzt im Fall von unserer Familie. Und wie würdest du sagen, wie ist denn das weitergegangen oder wann hat denn das auch funktioniert zahlentechnisch, was auch für ein Business interessant geworden ist? Ja, also ich meine, ich kenne die Geschichte bestens. Die ist natürlich auch im Archiv. Ich habe ja viel mit ihm geredet, mit dem Urgroßvater oder mit meiner Grossmutter, die sehr aktiv gewesen ist, mit meinem Vater natürlich. Und das ist schrittweise gegangen. Man muss sich das vorstellen, es sind jetzt bald 125 Jahre und das ist eine sehr lange Zeit. Also wir können eigentlich die Entwicklung vom Vegetarischen zumindest in Zürich beobachten oder auch weltweit. Und es hat sich einfach immer mehr geöffnet, oder? Und damals ist das sehr speziell gewesen. Ich weiss nicht, Monteverita, sagt ihr das? Das ist ein Berg im Tessin, oder? Genau, ein Sonnenberg. Ja. Und dort sind ja die, der hat übrigens einen Film gegeben, kürzlich. Kann ich empfehlen, zu schauen. Und dort sind so die Jet-Setter. Die letzte Jahrhundert waren, die sind dort hoch, weil die hatten einfach genug. Die hatten genug von zu viel Sufen, zu viel Essen und einfach das Konservative, das war. Und dann sind die auf den Berg hoch, die waren ja nackt, haben vegetarisch geessen. Und die haben dann irgendwie so eine Hippie-Bewegung ausgelöst. Aber wie gesagt, reiche Leute. Und das ist das, was das damals ein wenig beeinflusst hat. Aber das waren Spinner, weil es sind nackt umgegangen gelaufen, so freie Liebe und so ein wenig. Sonnenarbeiten. Und dann ist das natürlich in so einer Ecke gewesen. Oder? Und der normale Mensch, in Anführungsschlucht, der Bützer, damals hat gefunden, es geht gar nicht. Das sind die grössten Spinner. Und das hat natürlich das Ganze geprägt. Ich sage jetzt sicher bis in die 30er Jahre. Mein Urgroßvater war sehr gut mit Menschen. Er hatte auch Stil, war Schneider, war immer gut angezogen. Und er hat dadurch auch sehr viele Persönlichkeiten angezogen. Es hatte damals viele Nobelpreisträger bei uns, Dirigenten, Operensänger und so. Wir hatten ein Gästebuch, das bis in die 40er Jahre zurückgeht. Und dann sieht man, dass das sehr spezielle Leute waren, aber so ein bisschen visionäre. Und die normale Bützer damals, die wollen niemals so sein. Die haben gesagt, das sind Spinner. Und so hat sich das weiterentwickelt. In den 70er Jahren hat dann mein Vater, der hat auch Lusang gemacht, wie ich, und ist dann zurückgekommen. Sein Vater ist relativ früh gestorben und hat dann mit seiner Mutter zusammen den Betrieb geführt. Das war so in den 50er, 60er. Und dort hat er dann eine Studie gemacht, 1970. Und dort bin ich achtig gewesen, gross angeleiht in die Studie, und er wollte herausfinden, ob dann Menschen, heute junge Menschen, offen wären für ein modernes vegetales Konzept. Und dort hat er dann gesehen, ja tatsächlich, junge Frauen, um die 20er, also nicht wir Männer, sondern Frauen, visionär, und fand, ja geht. Und dort hat er 1973 einen sogenannten Schockumbau gemacht, ganz krass, mit so Acrylgasröhren. Also die Lampe war Salatziebel, es hatte eine Saftquelle, ein Salatfels, also wirklich crazy. Ich meine, heute wieder cool, total im 70er Still. Und dort ist es dann sehr schwierig geworden, es ist dann nicht gelaufen, weil die älteren Leute sind weggebrochen, die Jungen haben es noch nicht verstanden, aber er hat dort sehr viel Basis gelegt. Und ab dort hat es sich geöffnet, und dann in meiner Zeit sind die Fleischskandale, also BSE als grösstes Beispiel, ist ganz krass gewesen. Also wir hatten Zeiten gehabt, wo wir haben müssen das Restaurant zu machen, wenn man sagen, es ist voll, also wie ein Club. Wir sind damals auch die Einzigen gewesen, ausser dem gleichen vielleicht noch, im Seefeld. Und ja, das ist extra, und dort hat es extrem geboomet. Und was mich dann immer erstaunt hat, über die nächsten 20 Jahre, dann so ab den 90ern, wieso werden wir nicht kopiert, oder? Weil niemand hat das gemacht, wir sind die Einzigen gewesen. Und ich meine, heute sind wir ganz anders, heute äh, wachsen die veganen Reste in Zürich wie Pilze, oder? Und das ist ja schön. Es ist jetzt ankommen in der Gesellschaft. Es ist langgegangen, über 120 Jahre. Das ist schon eigentlich noch krass, wenn man das jetzt auch gehört, dass das eigentlich fast niemand kopiert hat, weil man hat ja eigentlich gesehen, hey, das funktioniert. Tibitz hat es ja dann eigentlich ähnlich übernommen, oder? Kann man das sagen? Also ja, Tibitz habe ich ja mitgegründet. Eben, ich wollte gerade sagen, hast du das mitgegründet? Ja, mitgegründet. Oder ist ein Mitbewerb gekommen, hast du gedacht, bevor die irgendwie alles wegnehmen, Beteiligung? Wie ist das gelaufen? Also, die hat Brüder Refrey, mittlerweile gute Freunde und Geschäftspartner, die haben an einem Businessplan Wettbewerb von ETH Zürich und McKinsey, sind die zweimal prämiert worden, für die Idee von einem vegetarischen Fastfood, so ein bisschen an McDonalds. Ich habe dann in einer Zeitung darüber gelesen, ich habe ein Bild gesehen von zwei von denen, der eine, die erkannt als Stammgast, die sind natürlich Benchmarken bei uns, sind alle drei Vegetarier gewesen, damals schon. Und sie haben dann gesagt, ja, in diesem Artikel, wir machen das, wir suchen aber noch einen Gastropartner. Und dann habe ich ihnen geschrieben, man hat sich getroffen, hat sich verstanden, ähnliche Werte, hat dann den Businessplan überarbeitet, also wir hatten zum Beispiel unser Buffet, das sehr erfolgreich war damals schon, frischpresste Fruchtsäfte, und ist eigentlich weggekommen von dem McDonalds-artigen und hat dann das Tibitz zusammen kreiert, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen mit der Best of Hiltl, und hat dann das multipliziert, mittlerweile sind es 14 Restaurants in der Schweiz und einer in Deutschland. Also klein war es ein Schachzug von dir? Ja, ich bin heute immer noch 50% beteiligt und wir machen das zusammen, ja. Sehr spannend. Und erzähl mal noch, du hast ja nie so einen riesen Ausbau, glaube ich, angestrebt, wie das jetzt zum Beispiel Tibitz gemacht hat, oder? Wie viele Filialen sind es jetzt? Sieben. Sieben? Ja, sieben. Wo sind denn die alle? Also wir haben... Also wir haben... Ja, eben nur in Zürich. Also ich bin in Zürich mit Tiltl und mit Tibitz immer in der Schweiz. Ja. Das war so der Deal. Also wir haben das Haupthaus, dann haben wir eine Dachterrasse, habe ich vorhin gesagt, dann haben wir eine Zielpost vorne bei dem Europaplatz, dann haben wir noch den Pflanzbad, das ist so ein Blumenlader, ganz etwas Kleines mit Food zusammen, und dann haben wir noch zwei Bodies, Mütterke und Kilchberg und dann haben wir noch die Langstrasse. Aber die machen wir Ende Jahr wieder zu. Das ist eigentlich der Einzige, der nicht funktioniert hat. Warum meinst du, hat es dort nicht funktioniert? Ja, das gibt viele Gründe. Das wäre eine Sendung für sich wert. Ja, ich denke, zu mutig. Ich habe gemeint, man könnte dort an der Langstrasse etwas Gesundes und Schönes machen. Und das passt irgendwie anscheinend nicht dorthin. War es etwas zu kommerziell für das Klientel? Vielleicht zu kommerziell, aber es hat auch anderes Kommerzielles, was dann wieder läuft. Ich meine, wenn du gewisse, keine Namen betrieben haben, weil du genau weisst, die haben x Betriebe und es funktioniert. Ich glaube, wir sind einfach falsch. Da sind einige Fehler passiert. Es war einfach ein Knurz von Anfang an. Du hast ja gesagt, mit Tibitz bist du in Schweiz gegangen, mit Hiltl nur in Zürich. Das stimmt ja eigentlich nicht ganz. Du bist ja weltweit unterwegs mit Hiltl, oder? Inwiefern? Mit der Swiss? Ah ja, ja, ja. Good point. Seit zwölf Jahren. Das hat damals angefangen mit Best Taste of Switzerland. Swiss hat ja damals immer irgendeinen Chefkoch genommen für einen Monat. Wir sind dann auch mal dran gewesen und dann hat das so gut funktioniert. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir das nicht generell machen wollen für immer in der First und Business Club. Und ich habe dann gesagt, ja, aber nur in allen Klassen. Weil eines meiner Ziele ist auch Demokratisierung von gesundem Essen. Weil man sieht, du hast reiche Leute, die sich gesund ernähren. Und dann irgendjemand in der Bronx, der einfach nur noch in McDonalds geht, weil er gar nicht weiss, was es sonst noch gäbe. Und dann, seither machen wir das. Seit zwölf Jahren ist, in allen drei Reisenklassen gibt es Food bei Hiltl, wenn du nicht das Fleisch nimmst. Also automatisch dann. Und das ist eine super coole Geschichte. Und dann bist du auch mit deinem Brand positioniert, dass das jeder sieht? Das ist so gemacht worden. Wieder clever, Rolf. Wir sind ja viel angefragt worden, um sie irgendwo reinzunehmen. Und ich habe nicht gefunden, okay, also Swiss ist eine mega Brand, repräsentiert uns früher ein bisschen mehr als heute. Und das ist weit oben in der Luft. Da fliegst du irgendwie auf L.A. und bist froh, wenn du etwas zu essen hast. Und wir sind es auch sehr nah am Anschauen mit rein. Also die Rezepte werden laufend ausgetauscht, man passt sie immer wieder an. Und ich meine, wir sind natürlich verantwortlich, dass die Qualität in der Luft bestimmt. Und das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, wir haben es auch nicht gebracht. Was ich auch noch vielleicht kurz ansprechen möchte, Rolf, bevor wir dann so ein bisschen ins Heute noch mal rein gehen, ist, du hast es angesprochen mit Tibitz, die dann gekommen ist. Du hast eben Hiltl immer grösser gemacht. Hast du auch noch Pläne mit Hiltl selber, dass du das noch weiter ausbauen möchtest? Noch mehr Filialen? Oder sagst du, nein, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Lieber die, die ich habe und die Top machen möchte? Ja, das ist eine Frage, die vor allem meine Kinder beantworten müssen. Ich meine, wie gesagt, ich bin 57, ich habe mich ein wenig operativ zurückgenommen. Ich habe schon eine Vision. Ich möchte noch etwas bewegen. Aber was ich jetzt nicht mehr machen möchte, ist im Restaurant stehen und schauen, dass das funktioniert. Wie das habe ich 30 Jahre gemacht. Das sollen jetzt wirklich andere machen. Ich wüsste noch, wie es geht, aber ich will nicht mehr. Aber vielleicht hast du das mal gelesen. Wir hatten mal eine Möglichkeit gehabt, auf New York zu gehen mit einem Flagship. Und was ich glaube, was würde funktionieren, ist, wenn man das Haus Hiltl, das hat ja oben drin noch eine Akademie, das hat diverse Sachen, das hat ja lange auch einen Club gehabt. wenn man so etwas nehmen würde und in eine Metropole hineinsetzen. Und dort wieder machen, in einem älteren Gebäude und den ganzen Spirit wieder rüberbringen. Und da hätte ich mal eine Möglichkeit gehabt. Es war etwa vor 8 Jahren, es war dann einfach zu viel. Es wäre sogar finanziert durch jemanden, der viel Geld hat, der das einfach geil findet. Und das ist jetzt etwas, das ich noch sehen würde. Meine Tochter ist ja gerade in Boston jetzt für 5 Jahre mit ihrem Mann, der mit der MIT aufgenommen wurde. Und sie studiert dort und sie hat 3 Jahre mit uns gearbeitet. Und ich überlege mir schon, ja gut, also wenn sie jetzt dort ist, vielleicht bleibt sie dort. Sie hat einen super Job gemacht bei uns. Wieso nicht einmal mit so einem Flagship Haus Hiltl auf Boston zum Beispiel. Das ist jetzt etwas, das ich sehe und ich glaube, es würde funktionieren, wenn man es richtig macht. Hiltl, Zürich, Boston Herrschi. Das ist geil. Oder New York oder L.A. L.A. sind wir auch anzuschauen, ob es funktioniert. Was ich mich so frage, ich kenne mich da zu wenig aus dem Gastro, was ist das Erfolgsrezept von euch? Weil ich meine, heute, du siehst, es gibt so viele, die miteinander kopieren, oder denken, okay, gute Huchi, das kann ich auch. Warum sind ihr trotzdem so erfolgreich und andere haben euch nicht überholen können? Was hast du da anders gemacht? Ja, ich meine, es gibt so verschiedene Claims bei uns. Der eine, was ich jetzt da für dich sagen kann, ist Innovation und Tradition. Aber in dieser Reihe folgen. Und wir haben eine grosse Tradition. Und was ich weiss, ist, du darfst nie die Wurzeln rausreissen. Du musst immer, wenn du irgendetwas beurteilen willst, musst du Geschichte anschauen von etwas. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, ja, ich mache jetzt das. Und ich bin mir bewusst, die Wurzeln darf ich nicht rausreissen. Aber ich muss es zeitgemäss oder der Zukunft entsprechend interpretieren. Ich glaube, das ist so ein Grund. Das ist der eine Grund, dass wir die Innovation immer drin haben. Ich meine, ich habe vorher das Café gleich erwähnt. Ich weiss nicht, ob du das noch kennst. Nur so vom Gehören. Meine Kollegen haben immer gesagt, wenn du dort vorbeilaufst, ich darf jetzt das heute sagen, weil das gibt es nicht mehr. Die haben mir früher immer gesagt, wenn du dort vorbeilaufst, an der Terrasse, mega schön dort im Seefeld, dann schmeckt es nach Kucki den Drei-Phasen-Reiniger. Das haben die immer so gesagt. Und der Gleiche, ich habe ihn kennengelernt, der Manfred Gleiche, der hat übrigens mal bei meinem Urgrossvater gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Und ich meine, die haben sich einfach nie erneuert. Das war einfach ein verstauter Laden. Und das weiss ich, dass das nicht geht. Das beweisest du auch mit deinem Studium. Du musst es immer wieder up-to-date bringen. Und wenn es lange wart ist, dann hast du es verpasst und dann stirbst. Das ist einfach so. Das ist das eine. Und das andere ist sicher auch der Verbesserungsprozess, den wir bei uns haben. Kein 10, das haben wir auch bei Tibitz übernommen. Das ist eigentlich das Ding, kein Tag ohne Verbesserung. Also wenn ich zum Beispiel das Tischchen da habe, wo fast zusammengekehrt ist, wo ich das Mikro... Das würde ich jetzt anders machen. In diesem Moment haben wir jetzt nicht den Möbel-Sponsor einblenden. Das ist auch kein Problem. Nein, das Möbel ist ja super. Ich sage einfach, es ist falsch hingemacht. Es sind unsere zwei Mikrofone, die schwer sind für das Möbel. Es ist nicht für das ausgelegt. Das können wir rausschneiden. Nein, das können wir auch drin lassen. Wir sind da sehr, wie wir sind. So bis halb blau, Rolf. Rolf, du bist gerade so zum Thema Führung. Ich habe irgendwann einen Satz gelesen, in einem Interview. Der hat geheissen, ihre Führungsgrundsätze sind ebenso unkonventionell wie ihr Lebensstil. Mhm. Erzähl mal, was ist da mit gemeint? Was ist bei dir so anders? Ja, ich mag Menschen, oder? Und mein Ding ist, und das sage ich auch heute, ich meine eben, ich habe mich operativ zurückgenommen, ich habe drei Co-Geschäftsführer, die sie führen, der Dani Frey führt zu Tibitz, als CEO, sehr gut und erfolgreich seit über 20 Jahren. und ich bin nicht mehr so drin. Und was ich jetzt mittlerweile mache, als Coach oder als Inhaber, ich gehe natürlich schon in unsere Betriebe, oder? Und was ich aber mache, wenn ich dort bin, ich rede einfach mit den Menschen, oder? Und zwar eben, was auf mich zukommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Tellerwäscher sehe, der seit über 30 Jahren bei uns ist, dann frage ich immer, wie geht es dir, oder? Und so, solche Gespräche, die finde ich spannend. Erstens. Zweitens, ist mein Ziel schon immer gewesen und ist heute noch, dass jeder Mitarbeiter sagen kann, was er oder sie denkt. Also nicht, was echter Chef gehört will, sondern, so tief gehen mit dem Menschen, dass er oder sie dir sagt, was er oder sie denkt. Das ist für mich ganz wichtig. Und dann genau zuhören. Und nicht so, ja und du, mit deinen komischen Gedanken. Nein. Und dann fragen, wieso denkst du das, oder? Oder ich frage zum Beispiel, wie gefällt es dir bei uns? Und dann, wenn er kommt, das ist mega, das ist geil. Und dann sage ich, ja wirklich, wirklich. Und dann ja. Und wenn es dann aber sagt, ja nein, nicht so. Dann frage ich, ja was ist, oder? Und wenn dann zwischenmenschliche Sachen sind, dann versuche ich die zu lösen, weil wir sind Menschen, das gibt Issues. So einfach, dass der Mitarbeiter eigentlich sich selber sein kann, oder? Und das ist natürlich in der Führung schwierig. Weil wenn du natürlich alle auf eine Linie bringst, oder? Also ich sage jetzt wie Soldaten, die einfach genau nach Befehlen gehen, dann ist das in der Führung vielleicht einfacher. Aber es rumort dann irgendwann, oder? Und ich finde es einfach spannend, wenn Menschen sich selber sein können, weil die Menschen sind ja so verschieden, und jeder Mensch hat auch ein Talent. Teilweise muss man es suchen, aber jeder Mensch hat ein Talent. Und dann ist eigentlich das Ziel, dass man den Menschen dort einsetzt, wo das Talent ist. und nicht irgendwo reingedrückt, wo man es vielleicht nicht gerne macht, aber nicht gut kann. Also du nennst dich ja heute auch unter anderem Coach, oder? Du bist ja eben operativ nicht mehr so involviert. Ist die Rolle Coach eigentlich schon immer wie deine Rolle gewesen? Du hast immer so genug, was sind die Stärken? Also ich habe zum Beispiel, ich habe immer, ich bewundere einen Fussballtrainer, oder? Ich finde das ist sehr spannend. Fussball generell, ich finde es spannend, wie, oder Eishockey trainen, wie schaffe ich es mit den Leuten, dass die so gut performen, oder? Und das ist ja schlussendlich eigentlich nur eine Führungsfrage, wenn ein Fussballtrainer erfolgreich ist. Gut, natürlich auch die richtigen Spiele reinkaufen und so. Und ich finde es einfach spannend, wie funktioniert das Team. Und vielleicht etwas, was auch noch wichtig ist, ist so ein bisschen die Geschichte, dass wir sagen, wir sind nicht Vorgesetzte, sondern wir sind Vorbilder. Also, weil ein Vorgesetzte, der sitzt an und behindert die anderen beim Schaffen, sage ich jetzt etwas böse. Aber das Vorbild zeigt es auf. Also, vielleicht auch wieder ein kleines Beispiel, wenn ein Fötzeli am Boden liegt. Ich habe übrigens da hinten eines gesehen, ich hätte es fast aufgelesen. Wieso hast du nicht? Vorbild. Ich mache es noch. Und wenn etwas rumliegt, bei uns im Geschäft, dann liesse ich es auf. Und das sind so Detail, oder? Es geht einfach darum, du willst einen sauberen Boden haben. Das sind so small things. Also würdest du sagen, während ein anderer jemanden rufen und sagen, du, da ist noch ein Fötzeli? Das geht nicht, oder? Ich sage dir das Beispiel. Ich meine, ich habe so viel erlebt, in diesen 30 Jahren. Einmal, es ist ein toller Mitarbeiter, jetzt sind wir bei uns, ich mag ihn immer noch gut. Und der hat mir dann einmal, ich weiss nicht, hat er ein Mail geschickt, oder angerufen. Da bin ich noch sehr operativ drin gewesen. Und dann war irgendwie das WC dreckig, ein Gäste im WC. Und dann rufen er an, ja, das WC ist dreckig, wir müssen noch jemanden aufbieten, der das Kunko putzt. Und ich sage, komm mal, ich zeige das gerne. Jetzt nimmst du einfach den Basen und dann putzt du halt das WC. Bevor du jetzt jemandem noch ein Mail schickst und jemanden aufbietest und dann noch ein riesiges Ding vom Facility Management über das Reinigungsteam und irgendwann kommt dann einer und putzt die Scheisse. Also solche Dinge, oder? Also, was ich nicht so gerne habe, ist, wenn es zu kompliziert wird. Man braucht Struktur unbedingt, aber Just Do It ist schon auch wichtig. Ich finde das auch noch spannend, vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben. So, man möchte Menschen wie Sila, du hast glaube ich auch mal gesagt, ich als Chef muss nicht motivieren, sie müssen motiviert kommen, oder? Ähm, nicht so. Sie müssen motivieren, also... Der Grundantrieb muss da sein. Genau. Und die Frage, oder? Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage bei der Rekrutierung, oder? Und, äh, ich habe ja vorher gesagt, auf dem Weg habe ich den Podcast mit Anna Meyer, oder? Und das ist eine geile Story, oder? So wie sie mit 18 auf der Markus Gilly zu ist, oder? Und ich bin genau so, oder? Und meine Leute sagen, nein, nein, die Kommande nervt, oder? Und wenn jemand sich bewirbt, und einfach jeden zwei Tage anruft, und fragt, wie ist es jetzt? Und einfach immer wieder gepusht, ich finde das super. Das heisst, man will, oder? Und dann, ich habe ein Beispiel, Monika, die die Akademie leitet, ich war dort noch bei der Rekrutierung dabei, weil das ist ein sehr wichtiger Bereich, und das war vor vier, fünf Jahren, und wo wir ihr dann den Job gegeben haben, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so glücklich war. Die ist fast ausgeflübt, die ist fast auf die Decke aufgekommen, und die ist heute noch top motiviert, weil sie wollte das ums Verrecken und sie hat es übergekommen. Und dann natürlich braucht es Qualifikationen und, 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 aber das kann man ja alles lernen. Aber wenn jemand wirklich will und hochmotiviert ist, und auch den Sinn, was machen wir, wieso machen wir das, dann ist es top. Und dann musst du die Mitarbeiter nicht motivieren, dann musst du einfach schauen, dass sie nicht demotivieren. Wenn jetzt du zwei Bewerbungen bekommst, der eine hat all die Diplome, die man eigentlich für den Job braucht, der andere hat nichts, aber du siehst, der will. Und der andere braucht einfach einen Job, den man nicht stempeln muss. Welchen nimmst du? Ja, eher der, der nicht muss stempeln, weil ich würde ihm dann ein Weiterbildungsprogramm machen, oder? Und das sind dann auch Leute, also ein anderes Beispiel. Der Adnan, das ist bei uns einer der Küchenleitungen, und der ist zu uns gekommen, der noch 15 war, von Albanien, als Flüchtling. Keines Wort Deutsch können. Der ist immer noch dabei, und der ist heute einer der vier Küchenleitungen nach über 35 Jahren, hat drei Kinder hier in der Schweiz, ist integriert, und der bleibt bei uns. Der hat keinen Grund, zu einem anderen. Wir haben ihm so viel gegeben, er gibt uns so viel zurück. Perfekt. Sehr schöne Story, und da komme ich auch gerade auf das zu sprechen, wenn ich mich nicht täusche, du hast über 50 Kulturen bei dir, gell? 80. 80 sogar? 80 Nationen. 80 Nationen. Wenn du das jetzt so etwas vergleichst, ich glaube, im Intro habe ich mal gelesen, dass du sagst, der Mensch ist immer der Mensch. Aber trotzdem, 80 Kulturen, wie kannst du das alles verbinden? Das ist ja auch eine Aufgabe. Das ist sehr anspruchsvoll. Ja? Genau, aber schön. Und es hat sich so etwas ergeben, die Geschichte ist 70er Jahre, mein Vater hat keinen Mitarbeiter gefunden damals, es ist wirklich der Arbeitsmarkt, ist noch viel ausgerechnet gewesen als heute. Und damals hatte sie auch in unserer Liegenschaft noch Zimmer gehabt, oder? Und dann musste er wirklich ein Zimmer anbieten, damit er einen Mitarbeiter gefunden hat. Und dann ist es natürlich so gewesen, dass kein Schweizer damals in der Gastronomie hätte arbeiten wollen. Und dann sind natürlich Leute, auch Flüchtlinge aus Bangladesch, Sri Lanka damals, früher noch aus Italien, bei uns gearbeitet. Und dann hat sich das so etwas ergeben. Und ich habe es dann so etwas zum Programm gemacht. Ich habe dann gemerkt, okay, in den 90ern haben wir schon so viele Kulturen, also let's do it. Und heute ist es wirklich so, dass wenn jetzt eine Stelle ausgeschrieben ist, dann hat es verschiedenste Bewerbungen. Und zum Beispiel, es bewirbt sich jemand aus Malaysia, ja, in Malaysia ist noch nicht vertreten, dann würde man diese Person nehmen, um diese Vielfalt zu haben. Und ich glaube, was wir beweisen in diesem kleinen Kosmos, 80 Nationen arbeiten zusammen, das sind Länder, die sich teilweise bequieren. Natürlich gibt es etwa die Issues, aber es gibt halt Rules. Und die arbeiten gut zusammen, und die mögen sich. Und ich finde das einfach wunderschön, dass man eigentlich aufzeigen kann, in einem kleinen Kosmos, es geht. Mit dem richtigen Wert geht es. Wie viele Mitarbeiter hast du? Also vor Covid waren es noch etwas mehr. Jetzt sind wir wieder 250 im Hiltel. 250 Leute. Und wie viele sind es so in einem Store, also in einem Laden? Das sind je nach Grösse. Im Haus sind es natürlich am meisten, also es sind sicher 50. Und dann Sielbrust vielleicht etwa 30. Dach der Rasse 20. So und das und mehr. Und bleiben wir nochmal schnell bei dem Thema Führung. Ich finde es wirklich sehr faszinierend. Ich rede ja oft immer mit Führung, gerade wenn Unternehmer da sind, weil wir ja die Jungen inspirieren, was kann man mitnehmen, was machen. Dann haben wir, ich sage jetzt mal, eine Führung, eher ein bisschen militärisch von gewissen Leuten. Und du machst jetzt auch so ein bisschen nach gutem Gefühl einen Flow. Oder wie kann man dein Führungskonzept nennen? Und wo hast du auch gelernt? Hast du das vom Vater mitgenommen oder einfach selber dein Konzept durchgebracht? Ja gut, also eben, Führung ist das Problem. Das lernt man ja nicht in der Schule. Also zeigt mir eine Schule, wo man wirklich gute Führung lernt. Führung braucht Erfahrung, oder? Und einen Führungsstil könnte ich jetzt bei mir nicht definieren. Wir haben so Schulungen, die wir machen. Die heißen situativ Führung. Und das ist recht komplex. Das würde jetzt da den Rahmen sprengen. Aber es kommt halt sehr darauf an. Ich meine jetzt dich bezüglich dem Flowcast muss man nicht führen. Du weisst, wie das geht. Du bist da sehr autark. Du hast das erfunden und so weiter. Du bist eigentlich auf einem Niveau, wo man im Prinzip lange Leinen müsste lassen und zwischendurch mal ein Gespräch, oder? Und dann gibt es natürlich einen Mitarbeiter, der neu kommt, der keine Ahnung hat. Dann musst du halt an der Hängelein. Dann musst du ihn führen. Und dann ist es natürlich schon so, oder? Wenn ich einem Mitarbeiter, der noch so Erfahrung hat, zu schaue, ich decke hier so auf, dann kann der nicht sagen, ja nein, aber ich decke jetzt so auf. Dann muss ich sagen, okay, mach dich selbstständig. Mach deine eigene Beize, dann kannst du so aufdecken wie du willst. Aber da haben wir Regeln. Und wir haben schon noch viele Regeln. Aber gleichzeitig muss man Freiheit lassen, oder? Und wenn man dann zu fest in den Regeln ist, dann können sich die Leute nicht mehr entfalten. Und das habe ich einfach auch gelernt, oder? Dass man einfach gewisse Margen muss lassen und einfach die Persönlichkeiten müssen sich ausleben können. Kannst du dich noch erinnern an ersten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, wo hast du das entlassen? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Uh. Is es schwierig? Also, äh, ja, das ist eine super Frage. Super Frage, weil, weisst du, ich meine, ein Mitarbeiter entlassen ist das Schlimmste. Ja, wirklich. Das ist etwas sehr, sehr, sehr unangenehmes. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Weil du magst ja den Menschen, aber du musst ihm mitteilen das Geld nicht mehr. Und das ist aber etwas, das man können muss. Und ich habe das schon auch gelernt. Und was ich mich mal erinnern, ist, als ich übernahm von meinem Vater, jetzt ein Classic, da kommt der Junge, oder? Und der Vater hat das 30 Jahre geführt, hat seine Leute, oder? Dann komme ich rein. Und dann haben wir es aufteilt und ich war operativ zuständig. Und ich weiss noch genau, der hat es etwa 10% von der Belegschaft gehabt, die einfach gefunden hat, der, der junge Schnösel von der Hotelfachschule Lausanne, dem zeigen wir ihm jetzt mal, wie es geht, oder? Und das war sehr schwierig. Und dann haben wir wirklich versucht, er hat mir auch geholfen, und gesagt, schau, jetzt machen wir es zusammen, er ist jetzt halt im Leid. Ich hatte dann schon ein einzelnes Gespräch, ich kann mit jemandem vor öffnen. Und er sagte, schau, ich bin einfach nicht wie mein Vater. Und jetzt entweder kannst du das akzeptieren, dass ich der Chef bin, und sonst musst du gehen. Und das waren so meine ersten Kündigungen. Und also, ja gut, dann hast du es eigentlich noch gut übers Herz gebracht, weil die Hände einfach nicht so gefolgt oder gespuret, wie du wolltest. Ja, nein, nicht ganz. Es ist fast eine Erleichterung. Nein, nein, es geht ja nicht um das Folgen und Spuren. Schau, schlussendlich geht es um eine Vertrauensfrage. Und ich meine, das ist es, und es ist immer zwischen den Menschen, das sind vier Augen und das Herz. Und dem passiert es. Und wenn du natürlich jemanden anschauen und du merkst, ich wege nicht mit dem, ich wege den Chef nicht, weil ich finde, das ist ein Arschloch oder was auch immer, dann geht es nicht. Und da kann ich mich nur so krümen und tun. Und ich sage immer, ich meine, wir sind auf einer grossen Strasse seit 125 Jahren und da gibt es Einfahrt und da gibt es Ausfahrt. Und früher habe ich mich auch nicht aufgeregt, wenn jemand könnte und so. Weisst du, da habe ich gefunden, ja, was soll das? Heute nicht. Ich finde, eben, wir sind zu Freiheit berufen. Und es hat früher ganz viele Menschen gegeben, die sind ein Leben lang bei uns geblieben. Das hat sich so gehört. Heute ist das anders. Es hat schon auch noch solche Menschen, die auch lang bleiben. Aber es hat auch noch ein Jahr kommen, dann gehen sie weiter. Fein. Ich kann gerade in dem Bezug, ich will dich auch ansprechen, du hast viel Erfahrung. Du bist immer noch jung, 57 aber, aber eben viel Erfahrung, das ist etwas Schönes. Wie würdest du sagen, haben sich vielleicht auch so ein bisschen die Menschen entwickelt oder halt gerade so ein bisschen die Jüngeren, eben wie du das jetzt gerade angesprochen hast, mit dem, ja, ich komme vielleicht mal ein Jahr, vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich gehe mehr nach meinem Style, Memeflow etc., was auch immer. Beobachtig ist es auch. Also, wenn ich mit Leuten spreche, in meinem Alter, die sind meistens ziemlich frustriert. Also, Unternehmer, die jetzt ein bisschen abgehen, die finden, ja, die heutige, die machen das nicht mehr. Das finde ich nicht. Es ist einfach anders, oder? Was sicher einen Knick gegeben hat, ist Covid gewesen. Also, wir merken weniger Belastbarkeit generell. Und das ist nicht nur bei uns. Die Leute sind ein bisschen geschwächt, sind ein bisschen frustriert, sind ein bisschen down. Selbst Junge und kommen schneller an die Grenzen als vorher. Das ist so. Aber es ist Frage der Führung und es ist ja logisch, dass du jemanden, der heute 20 ist, kannst du nicht gleich führen wie jemanden, der heute 50 ist. Das sind andere Generationen. Und dann muss man halt die Jungen verstehen oder wollen verstehen. und da gibt es eben, wie gesagt, viele ältere Leute, die finden, ja, die heutige Jugend. Aber ich meine, das ist ein Klassiker, das haben die vorherigen und das haben genau zuvor schon immer gemacht. Und ich meine, mein Sohn, der ist 19 Jahre, oder? Und ich mag ihn mega gut, aber teilweise, was er auf TikTok postet, dann sage ich, Theo, findest du das wirklich lustig? Und ja, ich finde das lustig. Ja gut, okay, ich hätte es vielleicht damals auch lustig gefunden. Und die Führung ist einfach anders heutzutage. Man muss den Menschen Freiraum geben und meine Leute machen das wirklich gut. Sie kennen sehr viel Freiraum, sie können sich entfalten und das gehört dazu. Und gerade in unseren Breitengraden, in einer aufgeschlärten Gesellschaft wie in Zürich, in der Schweiz, die Leute, die wollen Sinn haben bei der Arbeit. Die wollen nicht einfach in einem Flüssband, da wie der Charlie Chaplin damals. Das geht einfach nicht mehr. Und zum Glück geht das nicht mehr. Für das haben wir heute Roboter und Maschinen, damit Menschen das können machen, was der Mensch auch ausmacht. Die Sinnfrage, die ist ja wirklich sehr populär für dich hast du einen Sinn gefunden. Ja, also eben auch unsere Unternehmung. Ich meine, du weisst ja, und das ist öffentlich, ich bin ja Flexitarier, ich esse etwa dir Fleisch, nicht oft, aber etwa dir. Und ich finde es genial, was wir machen. Und früher, als so 15 Jahre, habe ich gefunden, ja, es ist ein bisschen peinlich, weil meine Kollegen auch mich cancelten. Ja, du mit deinem Veggie, isst du mal ein Stück Fleisch, du hast ja keine Muskeln, bla bla bla. Das ganze Zeug, oder? Und mittlerweile bin ich extrem dankbar, dass wir seit 124 Jahren noch nie ein Tier getöt haben und Millionen von Menschen mit Gastronomie begeistert haben. Das ist super. Und das macht Sinn, oder? Und gerade, wenn wir die heutige Welt anschauen, das ist alles ein bisschen turbulent und so. Und ich glaube, ja, wir haben irgendwie auch ein bisschen eine Peace-Message. Oder? Essen geniessen, ohne Tier zu töten. Wenn es fein ist, why not? Du hast drei Kinder, wie alt sind die? 19? 19 bis 26. 19 bis 26. Wie sind die involviert in deinem Betrieb? Ja, verschieden. Also das ist natürlich auch etwas, oder? Ich habe ja vorhin gesagt, mit fünf habe ich gewusst, was ich will. Ganz klar. Keine Diskussion gewesen. Kochlehre. Einfach bang. Und das ist auch anders heutzutage. Und die drei, die haben immer so gefunden, ja, mal schauen, was, oder? Das sind eben die Junge heute, oder? Ja, viel mal schauen, ja. Und haben natürlich gesehen, ich arbeite viel, ich habe viel gearbeitet, das gebe ich zu. Also fast ein bisschen zu viel, aber ich habe es so gerne gemacht. Ja, halt Unternehmen wie du, ich nehme nicht an, dass du 42 Stunden Woche hast, oder? Ja, nein, ja. Eben siehst, habe ich auch nicht gehört. Und ja, dann ist halt die Frage, oder? Was machen die Kinder mal? Und ich meine, ich mache sie vierter Generation und für mich wäre es mega, wenn es eine Vöfte gäbe. Aber ich erzwinge das nicht, oder? Und ich habe immer gewusst, ich kann nicht ein Kind irgendwo drücken, wo es nicht wohl ist. Es geht nicht, weil es gibt Beispiele von Väter, die ihre Söhne oder Töchter irgendwie im Familienbetrieb sind und die sind nachher tot unglücklich, weil es nicht passt. Und mittlerweile ist es so, dass Céline ist ja drei Jahre in Australien und dort studiert und ist dann aber zurückgekommen, wegen dem Hiltl. Sie hat mir dann mal angeholt und gesagt, Papa, ich komme zurück. Und ich so, okay, wieso? Ja, ich komme da in der Familie, ich komme das mal zu sehen. Jetzt hat sie drei Jahre bei uns gearbeitet und einen tollen Job gemacht. Ich bin ja draussenoperativ und meine drei Co-Geschäftsführer haben sie dann als Assistentin der Geschäftsleitung raufgelupft, nach irgendeinem Jahr, ohne Misse dazutun, ich habe es nicht einmal gewusst und die hat sich super entwickelt und dann hat sie eben gesagt, sie geht jetzt auf die Posten natürlich altruig. Die Mittler, Lena, die ist so auch in der Gastronomie, die hat schon mehrere Saisons in Zermatt oben gemacht, beim Vroni, im Cervo und so und ist auch schon im Fischersfritz gewesen, mit Pecla und macht einen geilen Job, sie ist operativ sehr stark oder und sie ist voll in der Gastronomie, sie liebt das und der Junge der weiss es noch nicht so recht. Wir hatten einmal ein Interview mit den Schweizerillustrierten wo es noch kleiner gewesen sind, die ganze Family und dann ist er so langweilt auf einem Drehstuhl gehockt und die haben dann mit uns geredet und so und dann die Journalistin schaut ihn an und sagt so und du Theo, was willst du später mal machen und er so oh shit, jetzt kommt eine Frage zu mir und dann sagt ja, also entweder Formel 1 Rennfahrer, Fussballer oder Hiltl-Chef. Also dann hast du doch schon wieder Nachfolge vor, eigentlich wie du. Nein, Moment, man kann natürlich nicht sagen, ich will Chef werden, man muss reinkommen, aber das hat mittlerweile begriffen und vielleicht will er dort einfach schulöser machen, er ist sicher überlegen, also ja. Also findest du auch, das wäre eine Voraussetzung, dass er so eine Schule macht überhaupt? Das ist eine gute Frage, ich meine, ich habe jedem von diesen drei empfohlen, ich habe gesagt, schau, gefällt, weil sie kommen eben super aus, die drei, also die haben es mega gut, big, big, ähm, ja, das sind einfach Freunde, wirklich gute Freunde, die haben null Issues zusammen. Und ich sage, schau, die Frage ist dann, wie wäre es, wenn er zusammenarbeiten, weil dort muss man dann auch definieren, wer ist jetzt der Chef und so weiter und da gibt es genug Beispiele von Familienbetrieben, wo es dann eben nicht so gut funktioniert und so und das wissen sie alle und sie sind sich glaube ich gegenseitig nicht mehr abgetasten, sie schauen sich ein bisschen, wer will, wer nicht und sie sind eben nicht Egos, sondern sie würden dann eher davon, irgendeinem anderen dann mehr Platz lassen, oder? So, es ist eigentlich eher ein Abwarten zu ziehen, um zu schauen, wie entwickelt sich das und das ist ja gut, keinen Stress. Du hast ja gesagt, du bist operativ nicht mehr tätig, seit wann? Seit, also als ich 50 geworden bin, habe ich mir anfangen Gedanken gemacht, weil ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so schnell, ich meine, ich habe, also das hat Tage gegeben, als ich 300 E-Mails beantwortet habe, irgendwie 10 Telefonat, zwei Interviews, ein Service, Mittag, Abend, wirklich Vollgas. Also so ein bisschen 180 auf der Überholspur, 30 Jahre lang. Und wie gesagt, ich habe es sehr gerne gemacht, hat mega Spass gemacht. Und dann gemerkt, wieder ein bisschen langsamer, und ich habe auch gemerkt, mich ein bisschen aufregen, über so kleine Sächerchen, das ist nicht gut, wenn du die aufregst. Und dann habe ich den Patrick Junge, der ist jetzt einer von den Co-Geschäftsführern, der ist irgendwie 27 zu uns mit dem ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und im Gespräch hinein, haben wir eine Stunde geredet. Dann fragte ich, er hat eine Totenverschule gemacht, so ein cleverer junger Mann. Und da habe ich ihn gefragt, du, wie lange willst du bei uns bleiben? Und er sagt, so lange wie du willst. Und ich, ja was? Also 10 Jahre, 20 Jahre, ja, alles gut, so lange wie du willst. Und ich, okay, gut. Und dann habe ich den zu mir genommen, der hat dann fünf Jahre mit mir zusammengearbeitet, hat alles gehört, was ich gut oder schlecht mache. Und ich habe dann ihm und zwei anderen übergegeben. Und dann, wie gesagt, mit 50 habe ich das angezeigt. Und mit 55 habe ich es dann vollzogen, also vor zwei Jahren. Also gerade vor Covid eigentlich? Ja, und Covid war nicht der Grund gewesen. Jetzt hat es natürlich gewiss, ich würde denken, Covid und der Alte ist einfach abgehauen. Nein, ist nicht so. Es war plan gewesen und dann ist halt Covid gekommen. Und dann bist du aber in dieser Zeit von Covid eigentlich noch mal geblieben, weil es sie gebraucht hat? Ja, nicht groß. Also ich meine, wie gesagt, ich habe es sehr geil gefunden. Ich meine, während Covid habe ich schon meine Krise gehabt. Wie viele Gastronomen, das ist sehr hart gewesen. Also ich habe wirklich extrem Mühe gehabt. Weil wenn du 30 Jahre ein Unternehmen führst, das hat immer Menschen, wir haben ja nie zugehalten. Und es ist immer Rye Brands, es hat, ja, und dann auf 10 Mal ist es einfach dunkel. Keine Gäste, keine Köche, keine Mitarbeiter, einfach nichts, das hat mich fertig gemacht. Und von dem her ist eigentlich der Zeitpunkt gar noch gut gewesen, weil in dieser Covid-Zeit hat man das Unternehmen administrieren müssen. Also man hat müssen schauen, dass man die Gelder bekommt. Man hat eigentlich gar keine Gastronomie betrieben. Man hat müssen schauen, dass man irgendwie durchkommt und dass man Zahlen im Griff hat und dass man überlebt. Und von dem her haben sie das super gemacht. Natürlich bin ich dort auch da gewesen, für Fragen und so, aber das hätte ich nicht besser machen können. Und seit 55 hast du definitiv abgeben? Also definitiv abgeben, ich bin immer noch Inhaber, ich bin VRP, bei Tibitz bin ich im VR seit Jahren. Ich mache schon, auch strategisch. Als VRP bist du für die Strategie verantwortlich von der Unternehmung. Also es ist nicht so, dass ich nichts mache. Wie sieht denn dein Tag heute aus? Hast du viel Freizeit? Oder hast du etwas Neues in der Planung? Was machst du so? Verzähl mal. Also ich reise viel. Ich habe dir ja erzählt, ich bin ja ein bisschen weg gewesen und so. Und jetzt in Brasilien bei der Hochzeit von meiner Tochter. Ich gehe jetzt dann auf Vietnam mit drei Kollegen. Dann gehen wir ein bisschen Motorrad fahren. So Zeug. Und Inspiration nehmen. Ich bin jetzt eingeladen auf Brüssel, auf einen Tag. Ich rede relativ viel. So ein bisschen Speaker after house. Ich habe ein bisschen etwas zu erzählen über gewisse Themen. Und eben, jetzt gehe ich jetzt vier Tage auf Brüssel. Ich bin dort eingeladen als Referent. So Zeug. Und lasse mich inspirieren. Und planest du mal ein Unternehmen zu gründen oder investierst in junge Unternehmen? Ich habe ja. Ich habe mich beteiligt bei Lucky Punch. Das ist so der Chris Velkoff. Das ist ein super Typ. Der ist 27. Und hast du mal gehört von Lucky Punch? Muss du mal schauen. Mit dem könntest du übrigens auch mal reden. Lass ihn ein. Oder du machst gerade das Open-Eye? Ja, ja. Nein, gern. Weil der ist wirklich, ich meine, der ist unglaublich. also in seinem Alter, was der, was der herbringt, das ist wirklich krass. Ja, das macht er ganz kurz. Ja, also Lucky Punch ist Boxen, aber mit DJs. Und der spricht vor allem junge Menschen an, sehr viele Frauen. Und er hat jetzt in Europa-Leh hat er sein erstes Store aufgemacht, gerade bei der Steel Post. Muss du mal schauen. Und da hast du Boxing-Sessions, mit Kopfhörer, ein DJ-Light auf und voll Gas. Und mit Secken tust du boxen, die anderen machen Kettenbells und so. Und es geht eigentlich um Lifestyle, um Fitness, um good people. Er hat letzte eine Party gemacht, voll erladet gehabt, er ist selber DJ. Und ich meine, das Krasse bei ihm ist, oder? Und ich meine, er ist so für mich wie, fast wie ein Kind Sohn und ich tu ihn coachen und ich habe ein bisschen investiert, hilf mir ein bisschen. Das finde ich spannend, oder? Und wenn er das Ding heisst Lucky Punch und da hat er Lucky getätowiert und da Punch. Also wenn er das Ding und er hat ihn letztes Mal gefragt, du aber Chris, ich meine, was machst du, wenn es in die Hose geht? Oder der will das multiplizieren, will es gross machen. Und dann überlegt und schaut mich so, ja, das habe ich mir überlegt, das ist keine Option. Und ich so, okay, wenn es in die Hose geht, muss er das Ding getätowieren, wegmachen lassen, weisst du? Also es ist schon ein krasses Commitment. Ja, voll. Und also das heisst, das ist auch noch so ein kleiner Hör der Möwe? Ja, ich bin Venture, bin ich in der Jury. Und ich finde es spannend, ja, ich tusche auch aus. Der Alain ist auch da gewesen, ich habe nicht gesehen, Frau Marana, Tim Rediomix, er ist auch so einer, der jetzt ein bisschen investiert in Startups und so. Okay, cool, cool. Kannst du etwas sagen über die Umsatzszahlenverhältnisse? Ich habe mal gelesen, im 1998 habt ihr irgendwie 10, 11 Millionen gemacht. Ja, ja, das haben wir damals gemacht. Und heute haben ja doppelt so viele Besucher, kann man das mal zwei rechnen? Ja, ja, kann man schon, easy, kein Problem. Eher mehr in dem Fall, sehr bescheidene Antworten. Also schaut es sich so, wir hatten im 1998 das beste Jahr gehabt, mit Hibitz und Hiltl. Und zusammen, die beiden Unternehmen zusammen, die haben ja fast 1'000 Mitarbeiter gehabt, das darf man nicht vergessen, das ist wenigstens echt gross. Und danach ist es aber massiv runter. Und jetzt sind wir uns wieder einmal erholen, wir sind jetzt etwa wieder auf 90 Prozent vom 1998. Also wir kommen wieder doch 90 Prozent im Jahr 2020. Das ist super. Ja, 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 aber es war nicht einfach. Ja, das glaube ich. Was ist so dir in den Kopf gegangen in diesen zwei Jahren? Also hast du schlaflose Nächte gehabt? Also guck, privat ist es mir gut gegangen. Besser als jetzt und vor, weil du mal wirklich Pause gehabt hast. Das ist wahrscheinlich. Nein, privat ist es mir gut gegangen. Das Einzige, was mich genervt hat, ich gerne wandern, wie gesagt, ich habe einen Hund, bin viel draussen. Und wenn ich gehe wandern, gehe ich gerne noch etwas Gutes essen. Und dann musst du immer den Rucksack mitnehmen und dann in der Kälte ein Sandwich essen. Das ist aber artig. Das hat mich aufgeregt. Also weil eigentlich Beizen dazu gewesen sind. Das hat mich genervt. Und sonst, ja, ein bisschen Kokonen, nicht so viel machen, ein bisschen Netflix schauen. Wieso nicht, oder? Kindbarn. Ja, aber geschäftlich hat es mich fertig gemacht. Wirklich. Also mich hat das so fertig gemacht. Ich konnte gar nicht mehr rein. Ich konnte wirklich und ja, ich habe dann schon meine, also ich bin schon, ich wollte jetzt nicht gerade sagen Depression, aber es ist schon, also es ist heavy gewesen. Also ich habe so ein bisschen gedacht, shit, jetzt ist es wirklich so, in der vierten Generation geht es als Unternehmensgrund, weil einfach ein paar Typen mir den Laden zumachen, oder? Du bist auch hässlich geworden. Ja, ja. Und hast du irgendwelche E-Mails verschickt den Leuten? Ja, also ich kenne ja den Berser. Ich war einmal bei Vorredner, er war auch einmal in der Akademie mit dem Gesundheitsminister. Also ich mag ihn eigentlich noch. Hast du ein paar WhatsApp durchgelassen? Nein. Nein, ich meine, die müssen ja alle ihr Ding machen. Ich finde einfach, man ist zu fest rein, drei, ich sehe gerade alle zehn. Ich finde das einfach übertrieben. Obwohl wir eigentlich noch in der Schweiz haben, wenn wir alles dringend umgucken, noch einen guten Weg. Genau, also ich habe Freunde in Deutschland, ich meine, die Deutschen, die spinnen ja immer noch. Also ganz, also ganz krass, oder? Ich meine, im Zug hast du immer noch Masken in Deutschland, also. Und ich finde, in der Schweiz haben wir es recht gut gemacht. Das ist aber nicht unbedingt dank dem Bundesrat, sondern dank unserem politischen System. Oder wir sind halt eine Demokratie und auch in Krisenzeiten merkst du relativ schnell, was denkt das Volk. Und als Regierung kann man nicht einfach das Ding durchziehen. Und du musst ja hören, Stehende Rat, Parlament und, und, und. Und dann hat es, glaube ich, relativ schnell das Volk rufengespült, hey, take it easy. Und das hat dann auch gewirkt. Ja, okay. Und du hast gesagt, eben so ein bisschen fast halb ein bisschen depressiv gewesen. Unternehmer aus Unternehmenssicher Verständlicher, da gibt es ganz viele. Ist das deine grösste Krise in deinem Leben? Also, es ist, ja, ja, ja. Oder hast du auch schon mal eine Base gehabt, hast du aufschneiden, das war ein Scheissjahr. Nein, das war das Schlimmste gewesen. Also, mit Abstand das Schlimmste. Weißt du, und wenn du, also ich kann damit leben, ich habe gesagt, Langstrasse funktioniert nicht, my fault, okay. Ja, also einfach irgendwie, nehme ich auf mich. Aber ich meine, das mit Covid, 19 ist das beste Jahr. Fridays for Future, schön, das hat uns, das ist auch unsere Welt, oder? Und dann ist das Ganze zusammengegangen, oder? Und dann muss man sagen, ja gut, was habe ich jetzt da falsch machen? Eigentlich gar nichts. Das sind nur äussere Einflüsse. Und das ist schon schwierig. Ich kann gerade sagen, das Schlimmste ist ja so wie, wenn ich ein halbes Jahr nicht da kaum arbeite, dann ist es wie meine Schuld, dass es vielleicht nicht mehr läuft. Aber da hast du einfach wie nichts machen können. Und das regt dann schon auf. Aber man muss halt auch mal sehen, okay, wir Menschen sind halt auch am Schluss nur, ja, vielleicht hat es uns auch mal wieder so ein bisschen auf den Boden geholt, oder was ist vielleicht dein Learning daraus? Tönen wir sein Positive umwandeln? Von Covid? Ja. Learning? Ja, irgendetwas hast du ja mitgenommen. Nein. Nein, komm jetzt. Nein, jetzt ganz ehrlich. Du bist so ein positiver Mensch. Etwas Gutes wirst du in der ganzen Sache doch finden. Ich bin auch nicht irgendwie enttäuscht darüber. Nein, es ist ja logisch, wir Menschen, wir können krank werden, okay? Das ist so. Das ist so. Wir können Grippen bekommen, wir können das Bein brechen, wir können Depressionen bekommen, wir können, whatever. That's a part of it, oder? Es ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in dieser Welt. Aber das habe ich schon immer gewusst. Das ist eigentlich nichts Neues. Was ich lernen aus Covid ist, dass man vorsichtig sein soll, aber was ich auch gelernt habe, und das ist aber nichts Neues, der Mensch ist ein herben Tier. Das ist einfach so. Und etwa hier komme ich mir schon ein bisschen vor, wie wir so Schäfli sind, und irgendeiner treibt uns da, wir meh, meh, und zäcklen da irgendwie, und will eben alle dort durch, zäcklen, zäcklen alle dort durch, und das geht für mich einfach nicht, weil ich bin halt Unternehmer, meine eigenen Wege, die ich gehen kann. Und ich habe das Gefühl, man ist zu fest hinten reingesäcklet. Das ist meine Erkenntnis von Covid. Aber nicht, dass ich es nicht ernst genommen habe. Ich habe es auch gehabt. Es kann sehr schlimm sein, tut mir mega leid für die, die da wirklich betroffen sind. Aber ich glaube, man hätte anders mit Umgaben Es ist immer einfacher. Absolut. Genau. Und die Welt hat sich, oder auch der Mensch hat sich schon verändert, das merkst du auch bei deinen Mitarbeitern jetzt, oder? Ja, eben. Es ist nicht mehr Belastbarkeit, es ist zurückgegangen. Und meinst du, ist das, weil wir in dieser Zeit so etwas out-träge gewesen sind, nichts haben müssen machen, oder haben wir einfach alle einen Dachschaden oder keine Ahnung, wieso auch immer? Oder hat es uns genommen durch das Zeug? Ja, nein. Es ist die Frage der Arbeitsmoral, oder? Und da ist natürlich schon, meine Generation ist dort ein bisschen anders, die vorher noch mehr. Ich meine, meine Grossmutter, die hatte irgendwie einen halben Tag frei gehabt in der Woche. nicht in dem Pace wie wir heute, oder? Und wir haben halt heute einen anderen Pace und können dadurch nicht mehr so lange. Das ist eigentlich auch gut. Aber was ich schon gemerkt habe, ich meine, also ich habe Szenen erlebt von Leuten, wo ich irgendwo, also zum Beispiel, ich gehe ab und zu in Sauna am See und ich finde das geil, in Sauna und dann in den See zu schwimmen und ich meine, dort während Covid hatte das eine Geschichte, dann hatte es irgendwie eine Gruppe gehabt von jüngeren Leuten. Und dann ich meinte, ja, weisst du, eigentlich hätte ich jetzt ein Online-Meeting, aber die sehen eh nicht, ob ich drin bin und so und ich habe jetzt gefunden, ich gehe ein bisschen in Sauna. Aber ich bin schon auf der Payroll, oder? Und das, das ist schon krass. Also das finde ich so okay. Das regt als Unternehmen natürlich auf. Ja, ich frage mich dann, ja, machen das meine Leute auch? Bei dir können sie nicht, weil du einen Laden hast, wo man vor Ort sein muss, das ist ja noch das Gute. Nein, nein, nicht auch. Wir haben natürlich auch viele Online-Mitleweilen, weisst du, Meetings und so. Ja, das stimmt, der Körner kann es nicht, weil der fehlt dann einfach. Also du siehst, das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil, aber schwierig ist, bei dir den guten Kellner zu finden, sehr wahrscheinlich, Sehr schwierig. Es ist unheimlich schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Unheimlich schwierig. Die größte Herausforderung, ich meine, auch meine Berufskollegen, die sagen, die Locations, kommst du rüber zum neuen Standort aufzumachen, die Kunst ist, die guten Mitarbeiter zu haben. Wieso meinst du, dass niemand in diesen Sektoren will? Ja, Covid hat sicher nicht geholfen. Ich meine, du denkst, okay, hat das überhaupt Zukunft kosten an mir? Funktioniert das überhaupt noch? Dann ist es natürlich anstrengend, mein Ding ist, jeder will am Samstagabend ausgehen gehen essen, jeder. Aber niemand will am Samstagabend bedienen oder kochen. Das ist so. Ist so. Ja, stimmt. Ja, es ist aber anstrengend. Und alle, ich meine, alle wollen ja heutzutage mit dem Laptop ein bisschen in der Welt umeinander chatten. Und ich meine, ich habe letztens mit einer Journalistin geredet, aus Lehm, wir hatten zu einem Anlass in der Akademie, da haben sie noch mit der geredet, die ist super, die macht es genau richtig, die hat irgendwie einen Blog, die hat irgendwie tausende, ich weiss nicht, wie viele Follower, und sie sagt mir, I can travel the world, I have my laptop, that's it. Und das ist natürlich geil, wenn du so kannst leben und gut Geld verdienen. Aber wenn du in einer Küche stehst, und schwitzt, am Samstagabend und die anderen gehen sie in den Ausgang. Oder? Das ist nicht so cool. Das ist jetzt gerade ein geiles Beispiel, was du sagst, und ich habe das Gefühl, jeder will eigentlich wie das leben, aber irgendwie vielleicht schafft es ein paar wenige Prozent. Ja. Und am Schluss macht es aber auch nicht das, wie die jede Küche übersteht, sondern irgendwie, man ist dann im Loch vielleicht. Ja, ja, absolut. Und eben Alventas, sie ist jetzt ein Beispiel, wo es funktioniert, wird das irgendwie clever gemacht. Und ich meine, ich mag es jedem gönnen, aber es ist richtig. Ich meine, wenn alle nur noch in der Welt umeinanderreisen, mit einem Laptop und einem Blog machen, dann wird nicht mehr so viel produziert, oder? Und ich glaube, die grösste Herausforderung für uns Gastronomen, und ich bin da in diversen Vereinen, gastronomisch, wir versuchen, hier zu bauen. Und die grösste Herausforderung, die wir gerade letztens diskutiert haben in einem Gremium, ist, wie bringen wir es hin, damit Menschen, junge Menschen, in die Gastronomie wollen und das geil finden. Und haben Sie die Lösung? Ja, es gibt sehr viel Schönes. Ich meine, für mich ist Gastronomie immer noch das Beste, was es gibt. Ich meine, während Covid die Stadt Zürich tot gewesen, wieso? Weil beide zu gewesen sind, ganz klar. Und kaum hat man wieder aufmachen, ist wieder Leben gekommen. Also, was wir eigentlich machen in der Gastronomie, wir machen sehr viel Freude den Menschen und es ist etwas Megaschönes. Es wird einfach zu wenig wertgeschätzt und es hat auch mit uns selber zu tun. Ich meine, ich habe eine Kochlehre gemacht, in der Küche wird man schlecht behandelt, das ist primitiv, so. Was ich mag mich erinnern, der Kochlehre im Dolder, als Lehrling, ich bin in zwei Monaten dort gewesen, und dann habe ich kochen fürs Personal irgendwie helfen und dann habe ich im Kasseli, das ist ein kleiner Italiener, ich habe gesehen, wie alle Köfte die Pfanne hinterher bringen, zum waschen lassen. Dann bringe ich ihm die Pfanne, weisst du, was machst du? Scheisse mit zusammen, rührt man die Pfanne hinein, ich sage, ein Lehrling, ich könnte die Pfanne selber waschen. So ist der Umgang, und das ist halt hart. Und jemand Jungs findet, weiss er was, ficken wir, ich gehe wieder. Und natürlich ist es heute anders. Und ich sage immer in der Küche, ich habe gerade letztlich mit einer neuen Mitarbeiterin gesprochen und ich habe sie gefragt, wie gefällt es dir in der Küche? Und sie sagt, mega. Und ich sage, wieso? Ja, es sind alle nett, es ist korrekt. Und dann frage ich sie, auch als Frau, sagen sie ja. Und das ist mir sehr wichtig, jetzt als Beispiel, und ich habe gesagt, der Verantwortliche, das Ziel soll sein, 50% Frauen, 50% Männern, in der Küche, wie in der Natur. Und die Frauen, die sollen sich sehr wohl fühlen, da gibt es keine blöde Sprüche, da wird nicht komisch angemacht, reissen euch zusammen. Sehr schön. Ja. Kommen wir gerade auf das Thema, du bist sehr erfolgreich unterwegs, was ist für dich Erfolg und bedeutet für dich auch Erfolg? Ja, ich glaube, da ist gut, ein Flowcast, oder? Zusammengepasst. Nein, es muss flowen, weisst du, wenn das, eben nochmal, das habe ich wirklich gelernt, die Sachen, die müssen, wenn es flutscht, ist es super, oder? Und wenn du etwas machst, was dir Freude macht, was ich jetzt annehme bei dir, dann funktioniert es ja. Und ich habe es wirklich extrem gerne gemacht, ich finde es immer noch geil. Und all die, die bei uns arbeiten und finden, wow, so cool, I love it, obwohl es anstrengend ist und wo einfach Freude haben, wenn sie können, oder ich meine, bei uns geht es darum, zum Gäste begeistern. Also Menschen glücklich machen. Das ist eigentlich das, was wir machen. Und ich glaube, wenn du Menschen glücklich machen kannst, dann bist du selber glücklich. So. Das ist schön gesagt. Das ist Flowcast mit dem Roadbüttel. Was für ein schöner Slogan. Ich möchte es ein bisschen abschliessen und etwas ansprechen. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet. Es ist bekannt, du bist auch sehr ein gläubiger Mensch, gell? Ja. Nicht seit eh und je, aber irgendwann dann er zukommt. Das ist eine Geschichte für sich. Die ist natürlich lang. Mein Vater ist da sehr suchend. Und irgendwann, ja, ich bin dann zu dem christlichen Glauben gekommen, das ist so, nachdem ich auch verschiedenes angeschaut habe. also meine Eltern sind ein bisschen im Hinduismus drin gewesen. Wir hatten so Budas zu Hause, wir hatten so Budas zu Hause, äh, nicht Budas, sorry, Ganeschas zu Hause und 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 und. Budas dann später. Ja, ja, alles hat probiert, wir haben irgendwie versucht, was könnte man dann machen. Und ich muss schon sagen, ich habe in meinem Leben dann gemerkt, ja, da ist etwas. Ich, ähm, liebe Bibel als Buch. Ich finde, es ist das Buch von den Büchern. Ich glaube auch, dass extrem viele Weisheiten, plus, auch wie wir in der Schweiz sind. Ich meine, die Präambel ist im Namen Gottes des Allmächtigen. Äh, viele sagen, das soll raus. Ich sage falsch. Und ich glaube, dass es einen Schöpfergott gibt, ja. Und natürlich, es gibt Atheisten, die sagen, es gibt es nicht. Aber die glauben genauso. Die glauben einfach, dass es nicht ist. Mhm. Oder ich, ich kann es nicht nachweisen, ich glaube es einfach, mir tut es gut. Ähm, und ich bin so happy. That's it. Und, äh, es geht nicht um Religion. Also, ich glaube, Religionen können sehr schlimm sein. Aber ein Glauben zu haben für einen Menschen, ist, denke ich, etwas Positives. Also, übst du das auch aktiv aus? Den Glauben? Ja, ich bin, früher, früher bin ich oft in die Kirche, und zwar heute nicht mehr so. Es ist mir ein bisschen zu eng, ehrlich gesagt. Das ist, wir sind in diversen Kirchen gewesen. Kids sind oft am Sonntag in die Kirche, und das ist super gewesen. Ich sage immer, wenn ich die drei, du kennst es jetzt nicht, aber die drei sind wirklich, die haben so ein starkes Fundament, oder? Sie sind so verschieden. Also, Lena geht jetzt einen Monat reisen allein. Nein, sieben Wochen. Also, von Amerika über Costa Rica, whatever. Und sie ist eine hübsche, junge Frau, oder? Und ich habe sie heute am Telefon gesagt, ich habe sie gesagt, Lena, gehst du allein? Und sie sagt, ja. Und dann ich, okay, du kennst deine Grenzen, gell? Und sie sagt, ja. Und dann habe ich ihr zwei, drei Tipps gegeben, einfach, was ich jetzt für machen, als junge, blonde, hübsche Frau. So klein. Aber die macht das, und ich bin überzeugt, die kommt zurück, und die hat da keine major issues. Und die haben alle ein gutes Fundament, und da bin ich auch, natürlich haben wir irgendetwas richtig gemacht in der Erziehung, aber wir sind oft in der Kirche gewesen, und die haben einfach am Sonntag das Wort Gottes gehört. Und das ist wie eine Dusche gewesen, von dieser Welt, oder? Und das hat denen einfach gut getan. Und teilweise hat es vielleicht auch ein bisschen angeschiessen. Aber sie haben einfach das Wort gehört. Und ich glaube wirklich, die vielen Weisheiten, die wir heute bringen, über Weiss ich was von Kanal, ich sage es allermeisten. Ist aus der Bibel. Alts, Neues Testament, ich meine, die Psalmen, die Sprüche, wenn man das richtig liest, das ist ein Fundus von Weisheit, wo sicher nicht schädlich ist, sagen wir es so. Ist das nie etwas, wo du gesagt hast, ich würde das jetzt in der Öffentlichkeit nicht unbedingt sagen? Ich habe auch schon mit ein paar Gästen über das diskutiert. Es gibt ja auch bekannte Fälle von Unternehmern, die negativ waren oder sich gewiss sogar getrennt haben. Hast du von dem nie ein bisschen Respekt gehabt? Natürlich, aber ich bin natürlich ein sehr euphorischer Mensch. Und wenn ich etwas geil finde, dann finde ich es geil. Das war damals so und ich habe ihm das so ein bisschen erzählt. Ich glaube, ich war ein bisschen zu mutig, ich habe zu viel erzählt. Ich habe dann gemerkt, in der Schweiz ist es schon so, man spricht, man spricht, man spricht, was auch immer das ist, man spricht nicht über den Glauben. Das macht man nicht. Eben, alle Tabus sind wie gefallen. Ich kann sogar fragen, was sind deine Umsatzzahlen? Völlig heimungslos, aber beim Glechung ist es ein bisschen vorsichtig. Und das ist komisch und ich finde das sehr schlecht. Da gibt es andere Kulturen, wo man das sehr wohl kann. Ich war zum Beispiel letztens in Tel Aviv, da reden wir darüber. Die Menschen sind sehr offen und man kann dann sitzen und über das reden, sachlich reden. was glaubst du, was glaube ich. Und das Ding Glauben ist Privatsache, das würde ich mal challengen. Ja, das finde ich eine falsche Aussage. Wieso meinst du, ist das aber vielleicht so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren? Oder ist allgemein halt so ein bisschen, man will irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja ganz viele Bewegungen, wo man irgendwie alles, was vielleicht speziell ist oder von früher her ist, will man irgendwie so ein bisschen neutralisieren. So alles ist okay und man will sich wie nicht in die Schublade, keine Ahnung. Ja, ja. Du weisst ja vielleicht, was ich meine. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Nein, nein, ich weiss, was du meinst. Es ist die Frage der Religion. Und Religion ist per se religiös. Und religiös heisst Gesetz. Aber wenn man schaut, ich meine, Jesus damals, und ich kenne die Bibel, ich habe sie zweimal gelesen, dort hat es die Pharisäer gegeben. Und die Pharisäer zu Zeiten von Jesus, das sind die Religiösen gewesen. Die sind immer zu vorderst gehockt, oder in der Kirche oder Synagoge, wie auch immer, und haben immer den anderen gesagt, was wir machen, haben es schön hier oben gehabt und es sind solche Geschäfte gewesen. Und wer hat er am meisten gehasst? Genau die. Auf die ist er immer los. Und eben aufs religiöse, gegen das religiöse Establish. Und ich glaube, er ist einfach falsch verstanden heutzutage. Er ist ein super Typ gewesen, ist immer noch ein super Typ und ich glaube, wir müssten mal richtig zuhören. Und das ist überhaupt nicht wertend oder verurteilend, was die Menschen daraus machen. das ist nicht gut. Das ist dann wie der Religion, oder? Aber seine Aussagen, die sind super, mega. Ich wüsste nicht, wer das Problem hat damit. Das ist wow. Wollen wir gerade schon beim Thema Wert sein? Was sind so deine drei Top-Werte? Ja, ich glaube, ich liebe Menschen. Ich bin auch jemand, der mittlerweile sehr, sehr offen ist. Das war schon immer immer. Ich verurteile nicht. Ich habe wirklich gelernt, jeder Mensch ist ein Individuum, einzigartig zu arbeiten, plus mit den eigenen Spinnereien, mit den eigenen Qualitäten nicht zum Beurteilen. Das muss man wirklich so stehen lassen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir einfach offen sind miteinander und ehrlich, aber nicht wertend. Das ist ja etwas, das ich nicht verstehe. Das verstehe ich wirklich nicht. Das möchte ich da noch loswerden. ist, dass man heute nicht mehr, heute über gewisse Sachen kann man nicht mehr reden. Es gibt einfach Themen, wenn du mit dem in gewissen Kreisen kommst, dann schaut man dich so an und dann heisst, aha, mit dem kann man nicht reden. Das verstehe ich nicht. Das ist natürlich für unsere Gesellschaft eine Katastrophe. Wenn du nicht mehr austauschst, wenn die Menschen nicht mehr sagen können, was sie denken, ich habe es vorher im Geschäft gesagt, dann muss ja nicht mehr zusammenleben, dann kann jeder auf seinen Inseln und dann gibt es das Inselvolk, die denken so und dann gibt es die Insel, die denken so und die so, aber möglichst kein Kontakt mehr. Dann kann jeder in seinem Kreis leben, wie er es für richtig halten, mit seinen The Same of People. Also du hast das Gefühl, jeder ist eigentlich ein Egoist, aber tut eigentlich weltoffen? Ich weiss es nicht, ob jeder nicht das, es ist nicht Egoismus, ich glaube, es ist nicht verstehen wollen von anderen Ansichten, plus es ist einfach so, es kategorisieren, oder? Es kategorisieren, also der und der macht das, deshalb ist er so, der und der ist so, oder der schafft das, oder deshalb ist er sicher so, und das stimmt einfach nicht. Und wenn man ein bisschen tiefer würde gehen, die Menschen wirklich fragen, was denken ihr denn jetzt? Ich war ein Burning Man und ich hatte super Gespräche, wirklich Deep Talk mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben, die aber schon sehr viel gemacht haben und super spannend, das öffnet einfach deinen Horizont, da merkst du, aha, okay, spannend, da kann ich etwas lernen, so. Ja, sehr schön. Gibt es noch etwas, wo du so abschiessende Zuhörerinnen zu hören möchtest, mit auf den Weg geben, vielleicht auch den Jungen? Ja, ich denke, sind zuversichtlich, es sind nicht einfache Zeiten, also das ist so, es ist schon ein bisschen komisch, was da abgeht, aber ich glaube, wir Menschen, wir sind sehr, sehr anpassungsfähig, wir sind fähig, uns neue Gegebenheiten anzupassen, auf eine gute Art, oder? Und was ich den Jungen möchte mitgeben, stay positive, oder? Nehmen wir hier ein Beispiel an Flavio, Flowcast. Das ist sehr schön. Das war eine kleine Werbesendung. Das ist eine riesen Werbesendung. Hast du die Werbe auch? Hast du das an deinen Kindern so mitgegeben? Ja, ich denke schon, nein, sie sind lebensfreund, also wirklich, they're happy kids, wirklich, sie sind natürlich verschieden und haben auch ihre Nerds und so, aber ich glaube, die Aufgründung, also ich hoffe es, nein, ich habe wirklich das Gefühl, ihnen geht es gut und sie sind froh und eben, ich meine, zum etwas erreichen im Leben und etwas machen, das hat natürlich sehr viel mit deinem Menschenbild zu tun. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, alle um dich kommen, sind Arschlöcher und das ist eh alles scheisse, ja gut, dann kannst du dich auch einbeflüssen und auf Netflix schauen. Aber das ist nicht zu tief vom Leben. Also alles Mindset. At the end, It's all in your head. Plus aber auch natürlich, und das glaube ich eben schon, es hat auch mit der Wertenhaltung zu tun, oder? Wenn du natürlich, weißt du, das siehst du in einer Gesellschaft, oder? Ich meine, ich war auch in Indien, oder? Hinduismus ist Reinkarnation und da hast du Kasten, oder? Und wenn du halt in dieser tiefen Kaste bist, dann bist du einfach dort drin, weil es wird dir gesagt, du bist dort drin und du bleibst dort drin. Aber das ist nicht die Idee. Der in dieser Kaste, der könnte eigentlich ganz hoch haben. Aber weil ihm gesagt wird, nein, du bist in dieser Wertengesellschaft, du bleibst dort drin, bleibt er eben dort drin. Und deshalb ist es für mich nicht nur eine Frage der Denken, sondern es ist eine Frage der Werten. Auf was du basierst, an was du glaubst, die haben. Sehr schön. Meine allerletzte Frage, Rolf, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest bist du im Flow nach dieser Sendung? Nix. Oh, das habe ich natürlich nicht gehört. Das hat sich verbessert. Das ist eben, wenn man über die so zurück schauen kann, über die schönen Sachen vom Leben, da bist man doch automatisch wieder mehr im Flow, oder? Nein, aber auch deine Art, wie du das machst. Du bist ein positiver Mensch. Das spürt man. Das sind halt Vibes, oder? Das freut mich. Danke vielmals, du bist da gewesen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin sehr gespannt, was alles noch kommt, wo überall investierst. Ich will es sich. Und hebe dir Sorge. Ich bin gesund. Danke, viel Erfolg. Danke. 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 ă